Vermeide diese Fehler in der schriftlichen B1-Prüfung. Heute habe ich endlich meine B1-Prüfung, auf die ich mich so lange vorbereitet habe. Aber warum bin ich nur so nervös? Meine Hände zittern vor Aufregung. Na gut, jetzt werde ich mich erst einmal beruhigen und an das denken, was ich gelernt habe. Häufige Fehler beim Schreiben eines Briefes Kannst du den Fehler finden? Nach der Anrede wird das erste Wort kleingeschrieben. Nach der Anrede wird das erste Wort kleingeschrieben. Ich schreibe Ihnen. Was ist falsch? In diesem Satz gibt es drei Fehler, welche die Groß- und die Kleinschreibung betreffen. Was schreiben wir im Deutschen alles groß? Was schreiben wir im Deutschen alles groß? Am Satzanfang, außer nach einer höflichen Anrede Am Satzanfang, außer nach einer höflichen Anrede Lieber Herr Meier, sehr geehrte Damen und Herren, danke für Ihren Brief Lieber Herr Meier, sehr geehrte Damen und Herren, danke für Ihren Brief Formelle Anredepronomen Sie, ihr, ihnen schreiben wir immer groß Sie, ihr, ihnen schreiben wir immer groß Substantive haben einen Genus mit den Artikeln der, die, das Der Mann, die Lampe, das Handy Länder und Städte Berlin, Italien, Bremen, Spanien Berlin, Italien, Bremen, Spanien Namen Anastasia, Michael Tageszeiten und Wochentage Tageszeiten und Wochentage Der Morgen oder am Morgen Aber morgens, vormittags Der Morgen oder am Morgen Aber morgens, vormittags Machen wir einen kleinen Test, ob das gut verstanden wurde Machen wir einen kleinen Test, ob das gut verstanden wurde Was sollte in diesem Text groß oder klein geschrieben werden? Berlin ist nicht nur Weltmetropole sowie die Hauptstadt von Deutschland, sondern auch meine Heimatstadt Berlin ist nicht nur Weltmetropole sowie die Hauptstadt von Deutschland, sondern auch meine Heimatstadt Kannst du den Fehler finden? Ich habe ein Problem mit dem Kühlschrank, deshalb ich ihnen schreiben Konnektoren und Verbposition Nach den Konnektoren deshalb, trotzdem, dann, danach folgt das Verb Es steht auf Position 2 Nach den Konnektoren deshalb, trotzdem, dann, danach folgt das Verb Es steht auf Position 2 Ich habe ein Problem mit dem Kühlschrank, deshalb schreibe ich ihnen Ich möchte ein Eis essen, deshalb gehe ich zur Eisdiele Ich möchte ein Eis essen, deshalb gehe ich zur Eisdiele Rosa hat Kopfschmerzen, trotzdem muss sie weiter arbeiten Rosa hat Kopfschmerzen, trotzdem muss sie weiter arbeiten Ich bin heute nicht in die Schule gegangen, weil habe ich starke Bauchschmerzen Hier war die Position des Verbes falsch Weil ist ein Nebensatzkonnektor Daher steht das Verb haben am Satzende Ich bin heute nicht in die Schule gegangen, weil ich starke Bauchschmerzen habe Ich bin heute nicht in die Schule gegangen, weil ich starke Bauchschmerzen habe Kannst du den Fehler finden? Ich interessiere mich sehr für die Stelle Ich habe Erfahrungen im Beruf, weil ich in Spanien als Architekt gearbeitet habe Ich lerne momentan Deutsch an der Volkshochschule Ich lerne Deutsch an der Volkshochschule Ich lerne Deutsch an der Volkshochschule Und ich schreibe in vier Wochen die B1 Prüfung In diesem Beispiel gibt es keine Grammatikfehler, sondern nur stilistische Fehler Wir haben mehrere Sätze, die mit dem Personalpronomen ich beginnen Und das ist stilistisch nicht sehr schön Wie können wir diesen Text aber noch weiter verbessern? Zum Beispiel Für die Stelle interessiere ich mich sehr Natürlich habe ich schon ein bisschen Erfahrung in dem Beruf, weil ich in Spanien als Architekt gearbeitet habe Momentan lerne ich Deutsch an der Volkshochschule und in vier Wochen schreibe ich die B1 Prüfung Es ist natürlich total okay und kein Problem, wenn ihr für die drei Sätze ein Ich benutzt Aber wer im schriftlichen B1 Prüfungsteil mehr Punkte erhalten möchte, denke bitte an diesen Tipp Ich kann gerne ein Brot zu backen Wenn wir die folgenden Modalverben verwenden müssen, sollen, können, wollen, dürfen benötigen wir kein zu plus Infinitiv Wenn wir die folgenden Modalverben verwenden müssen, sollen, können, wollen, dürfen benötigen wir kein zu plus Infinitiv Ich kann gerne ein Brot backen Ich kann gerne ein Brot backen Aber nach einer Behauptung folgt im Nebensatz zu plus Infinitiv Es ist wichtig, Deutsch zu lernen Es ist wichtig, Deutsch zu lernen Es ist schön, in den Urlaub zu fahren Es ist schön, in den Urlaub zu fahren Schluss Es gibt zwei Arten, einen Brief mit einer Grußformel zu beenden Formell Informell Mit freundlichen Grüßen Mit freundlichen Grüßen Herzliche Grüße Herzliche Grüße Fazit Tipps für das Schreiben eines Briefes Ein formeller Brief beginnt immer mit Sehr geehrte Damen und Herren Oder Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Sehr geehrte Damen und Herren Oder Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Ein informeller Brief ließe sich folgendermaßen beginnen Liebe Frau Müller Liebe Anton Hallo Anna Hallo mein Lieber Liebe Frau Müller Liebe Anton Hallo Anna Hallo mein Lieber Konnektoren und Verbindungswörter Aus diesem Grund Damit Daher Ich fliege nach Berlin Ich fliege nach Berlin Daher kann ich morgen nicht kommen Ich fliege nach Berlin Daher kann ich morgen nicht kommen Ich nehme Tanzunterricht, damit ich meine Freunde beeindrucken kann Florian geht zur Fahrschule, um seinen Führerschein zu machen Florian geht zur Fahrschule, um seinen Führerschein zu machen Formeller Abschluss Um einen Brief auf Deutsch förmlich abzuschließen, kann eine dieser Grußformen verwendet werden Ich freue mich auf Ihre Antwort Ich freue mich auf Ihre Antwort Herzliche Grüße Herzliche Grüße Mit freundlichen Grüßen Mit freundlichen Grüßen. Dein Tobias. Deine Anna. In Liebe. Ja, genial. Ich konnte mich an alles erinnern. Danke. Hallo Deutschschule. Möchtest du noch weitere Videos sehen? Dann abonniere unseren Kanal. Jeden Sonntag ein neues Video.